Hohen Ei, wer bin ich? Selbstreflexion, Selbstreflexion, mal anders gesehen. Wer bin ich hinter allen Schichten? Wer bin ich hinter den Geschichten? Schicht für Schicht entschichte ich, was bleibt? Was bleibt, bin ich? Was bleibt, bin ich, der durch alle Schichten, durch alle Schichten, durch alle Schichten schaue. Oh, 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 oh. Wer bin ich? Bin ich das Licht? Bin ich wirklich Licht? Kann ich scheinen? Ganz leise sieht mich jemand? Sieht jemand mein Licht? Oder sieht man nur meinen Schatten? Das Herz schlägt, der Atem geht. Ich bin nun immer in Veränderung, immer in Veränderung ist das, was kommt und geht. Doch ich bin, ich bin, ich bin, ich bin hier. Und was, wenn ich meine Schatten werfe in die Welt? Was, wenn ich weiß, was Licht ist hinter mir? Denn ich bin, ich bin, ich bin, Licht ist hinter mir, Licht ist, was ich bin. Und mein ich, das kleine Ich, wirft den Schatten in diese Welt. Mein Schatten Schatten werfen in diese Welt Wer sieht mich, wer sieht mich, der ich wirklich bin, der ich wirklich bin, Wer sieht mich, der ich wirklich bin, wer sieht mich, denn ich. Selbstreflexion, Selbstreflexion, das Unsichtbare sichtbar machen. Ich bin, ich bin, und die Form, die Form sind die Schichten, die Geschichten, die man denkt, Ich bin, das wäre ich, doch ich, ich bin, hinter allem.